Ein Journalist mit großen Problemen entdeckt ein Genie in der Gosse. Zwei Männer, die nicht viel Glück hatten, haben das Glück, einander kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ein Mann namens Nathaniel Anthony Ayres bei ihm studiert hat. Er hatte Talent, das war klar. An jenem Abend habe ich seine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass ich ihn für den begabtesten Jungen hielt, den ich je gehört hatte. Der Solist. Was hat er denn? Ist er schizophren? Liegen Sie das Glück, Doktor? Am ersten Weihnachtsfeiertag? Äh, nein. Nein, ich bin hier. Um 21.50 Uhr. Nathaniel hat im Augenblick eins, das ich ihm helfen kann. Einen Freund. Bei Kino-Welt-TV. Kino zu Hause.